Es ist wirklich auf der einen Seite sehr viel in den Nachrichten gewesen, aber es gibt auch Sachen, die es nicht wirklich in den Nachrichten geschafft haben. Beziehungsweise es wurde am Rande berichtet oder nur ein bisschen berichtet oder halt einfach gleich in Frage gestellt, ob das so ist, wie das ist. Was sollst du damit sagen? Es passieren Sachen, dass die Mainstream-Medien darüber berichten? Das kann ja fast gar nicht sein. Es kommt darauf an, wie sie darüber berichten. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass der ehemalige Premier von Israel, der Herr Bennett, der hat sich in einen Podcast reingesetzt und hat darüber gesprochen, dass anscheinend schon im März es so etwas wie Friedensverhandlungen gegeben hätte zwischen Russland und der Ukraine. Am 4. März 2022 hatte Bennett Russlands Staatschef getroffen, zwecks Vermittlung zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten. Kiew und Moskau hätten großen Zugeständnissen zugestimmt, sagte Bennett. Die russische Seite habe die sogenannte Entnazifizierung als Voraussetzung für einen Waffenstillstand fallen gelassen. Dabei definierte Bennett die Entnazifizierung als Entfernung Zelenskys. Putin habe ihm zugesichert, er werde nicht versuchen, Zelensky zu töten. Doch das war nicht das einzige Entgegenkommen. Darüber hinaus werde Moskau nicht mehr die Entwaffnung der Ukraine anstreben, hatte Putin erklärt. Auf ukrainischer Seite verzichtete Zelensky wiederum auf das Streben nach einer NATO-Mitgliedschaft, was laut Bennett der eigentliche Grund für den Einmarsch Russlands war. Aber dann sich die englische Regierung, also Boris Johnson in dem Fall, hingestellt hat und gesagt hat, na das wäre jetzt gar nicht gut, also da bin ich jetzt total dagegen. Für wen wäre es nicht gut? Naja, für den Westen. Achso. Die westlichen Staats- und Regierungschef sind diesen Vermittlungsbemühungen offensichtlich unterschiedlich gegenübergestanden. Der damalige britische Premierminister Boris Johnson habe eine aggressive Linie vertreten, sagte Bennett, während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz pragmatischer gewesen seien. Präsident Biden habe beide Positionen vertreten. Doch neuerlich scheiterten die Verhandlungen und wieder geschah dies auf weiterem Druck des Westens hin. Boris Johnson hat Kiew im April 2022 besucht und Zelensky aufgefordert, nicht länger mit Russland zu verhandeln. Wie die Ukrainska Bravda berichtete, war Zelensky zufolge zwar die Ukraine bereit, ein Abkommen mit Russland zu unterzeichnen, die westlichen Unterstützer Kiews jedoch nicht. Weißt du, es gibt ja so Sachen, die kann man vielleicht eben in der Politik erst dann wirklich besprechen, wenn man die Politik verlassen hat. Und eben auch hier der Ex-Premier von Israel setzt sie dann eben in ein Podcaststudio und redet darüber. Israels Ex-Ministerpräsident hat das Video von seinem Interview auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und übrigens, falls ihr jetzt sagt, ach das ist jetzt von Express.tv, das ist sicher irgendein Schaß, keine Sorge, es hat natürlich auch der Armin Wolf gemeinsam mit dem Herrn Mangott drüber gesprochen in der ZIB 2. Putin spielt auch eine Rolle bei den Friedensvermittlungsbemühungen des ehemaligen israelischen Premierministers Naftali Bennett bei seinem Moskau-Besuch im März vergangenen Jahres. Jetzt haben wir schon im Beitrag gesehen dieses Interview, das der ehemalige israelische Premier Bennett gegeben hat. Der sagte in dem Interview, er hätte bei einem Vermittlungsversuch im März die Ukraine und Russland schon praktisch so weit gehabt, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Aber westliche Länder, und zwar allen voran eben Großbritannien, hätten das verhindert und Selenskyj überzeugt, weiter zu kämpfen. Wie plausibel ist das? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor allem die britische Regierung gesagt hat, nein, dieser Krieg muss bis zu einem Sieg gefochten werden, um Russland dauerhaft zu schwächen. Ich glaube aber nicht, dass Bennett tatsächlich eine ausverhandelte Lösung auf dem Tisch hatte, die dann blockiert sein sollte. Denn Russland hat damals zwar gesagt, ein neutraler Status der Ukraine, das wäre, was man wolle. Und angeblich hat Russland dafür auf die Absetzung von Selenskyj verzichtet. Aber Russland hat damals eben auch gefordert, dass die Ukraine anerkennt, dass die Krim zu Russland gehört. Und dann, dass die Ukraine die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten anerkennen müsse. Ich glaube nicht, dass die Ukraine darauf eingegangen wäre. Und ich glaube auch nicht, dass Russland auf diese Forderungen verzichtet hätte. Man könnte natürlich jetzt sagen, der wird ein bisschen verschieden berichtet, aber... Jetzt kommt man darauf an, welche von den zwei Medien da das qualitativ hochwertigere ist, gell? Da kann man sich auch streiten. Der RRF oder der Expresser, wer weiß, was du meinst? Sicher kann man sich darüber streiten, was da jetzt die höhere Qualität hat. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wer da mehr Geld hat. Aber spannend ist einfach, dass wir im Westen ein bisschen so drüber reden. Krieg und Frieden und Territorium und wichtig und die EU und die Rolle der EU. Und an uns geht komplett dran vorbei, dass anscheinend schon darüber geredet wurde, dass jetzt der Putin versprochen hat, dass er Selenskyj nicht umbringt, weil es jetzt zum Frieden kommt. Nach drei, vier Stunden habe ich Putin gefragt, werden sie Selenskyj töten? Putin sagte, er werde Selenskyj nicht töten. Soweit das eine Zugeständnis. Das andere war, auf die Entwaffnung der Ukraine zu verzichten, berichtet Bennett von seinen Vermittlungsbemühungen. Ich glaube gut, dass du das berichterst, weil ich hätte es jetzt nicht mitgekriegt. Der Kreml will diese Zugeständnisse weder bestätigen noch dementieren. Selenskyj jedenfalls lebt. Aber was wir jetzt alle in den Medien gehört haben, die Welt wird von UFOs angegriffen. Hast du keine Angst? Naja, was für Angriffe meinst du? Dass die UFOs Nord Stream 2 gesprengt haben? Ja genau, da habe ich gleich an Nord Stream 2 gedacht, aber da haben mir die Medien das dann auch wieder anders dargestellt. Jetzt hat man lange nichts davon gehört. Ja und dann kommt irgendein Enthüllungs... Wie heißt der Herrsch? Seymour Hersch. Seymour Hersch. Ein Enthüllungsjournalist, der in Amerika sehr einfach hingestellt hat und gesagt hat, er glaubt zu wissen, warum und wer jetzt diese Nord Stream 2 Pipeline gesprengt hat. Angeblich hätten, so jedenfalls dieser brisante Report, Navy-Taucher-Sprengstoff montiert an drei der vier Gasröhren in der Ostsee, die eben Gas von Russland nach Europa transportieren. Das jedenfalls der Bericht von Seymour Hersch. Seymour Hersch angeblich hätte die USA ein NATO-Manöver als Deckung verwendet für diese Geheimoperation. Und spannend dabei ist ja auch das, dass es, wenn man jetzt die Artikel so ein bisschen raussucht, 2019, haben die Medien noch anders über diesen Herrn gesprochen. Da war er ein Einzelkämpfer. Die Süddeutsche Zeitung, ja. Ein begnadeter Einzelkämpfer hat es geheißen. Seymour Hersch ist der Aufdecker des Mailei-Massakers in Vietnam im Jahr 1969, das Kriegsgräuel der USA aufgedeckt hat. Und er hat auch den Abu Ghraib-Skandal im Irak im Jahr 2004 aufgedeckt, wo amerikanische Soldaten irakische Gefangene gefoltert haben. Das waren zwei große Treffer natürlich von ihm. Und kaum richtet er seine Reportagen da in Richtung, oder in dem Fall gegen die amerikanische Meinung. Gegen den Westen. Gegen den Westen. Wenn wir schon dabei bleiben können, ja. Kommt dann die Schattenseiten eines Star-Reporters, wo man denkt, was kommt denn jetzt bitte? Na klar. Na und es ist schon schön zu sehen, das passt zu dem, was du vorher gesagt hast, mit wie berichten Medien. Früher warst du ein Investigativjournalist und heute bist du dann ein Verschwörungstheoretiker, so schnell geht das. Das kommt halt immer auf den Inhalt drauf an, gell? Natürlich, das Weiße Haus dementiert. Sie nennt die Geschichte als frei erfunden. Und Hirsch muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er damit der russischen Propaganda in die Hände spielt. Aber ich fände es natürlich auch spannend, gerade beim Seymour Hersh ist es halt dann die Frage, wenn jetzt zum Beispiel der Edward Snowden Sachen leakt, Sachen raushaut, über Sachen berichtet, wird er dann wegen Geheimnisverrat angeklagt. Das können sie natürlich jetzt beim Seymour Hersh nicht machen, weil sonst würden sie ja gleichzeitig zugeben, dass das waren. Sondern sie könnten jetzt eher in dem Fall nur diskreditieren und jetzt einfach verschiedene Medien, unter anderem übrigens auch der Standard, jetzt davor kehren, dass der vielleicht doch nicht so. Ja, aber was da bezeichnend ist, ist eben, wie sie schon wieder mit diesen Journalisten umgehen. Da geht es wieder darum, ist der glaubwürdig, ist der nicht glaubwürdig. Das ist so jetzt wie in den letzten drei Jahren passiert. Und nicht, dass man sich jetzt um das Thema kümmert und dann sagt, ja, könnte stimmen, was der sagt. Nein, der wird in den Titel zahlen, wird der schon diskreditiert. Du weißt, danke für eben den Journalisten, was den der Standard da betreibt, wo man gleich wieder weiß, ah, nein, 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 der hat da was gegen den Westen gesagt, das müsste irgendein Verschwörungstheoretiker sein, das kann doch nicht sein. Die Frage bleibt im Raum, steht tatsächlich die USA hinter den Anschlägen? Natürlich, viele, viele hier behaupten bei der Debatte, dass Amerika eigentlich fast die einzigen gewesen wären, die ein Motiv hätten, diese Pipeline zu zerstören. Du sagst es, es wird jetzt nicht darüber geredet, was er berichtet hat, sondern es wird sofort darauf hingelenkt, darf man diesen Menschen glauben? Ist es erlaubt? Oder ist er vielleicht doch ein Verrückter? Das Problem ist halt, du kannst ihn halt nicht als Antisemiten hinstellen. Aber gut. Schwieriger, ja. Er hat aber seine Quelle nicht preisgegeben. Woher das heißt, das muss man dazu sagen. Er wird schon wissen, das so. Ich meine, das ist halt natürlich das Ding, weil Julian Assange hat seine Quelle preisgegeben und die Quelle ist dann in Heven gegangen. Weißt, das muss man halt auch mitbedenken. Eben. Ein Militärgericht im US-Bundesstaat Florida hat den US-Soldaten Bradley Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt. Er hatte zugegeben, während seiner Stationierung im Irak rund 700.000 Geheimdokumente an das Enthüllungsportal Wikileaks weitergegeben zu haben. Deren Veröffentlichung sorgte weltweit für Wirbel. Und man muss ja auch dazu sagen, dass bei dieser ganzen Nord Stream 2 Thematik ja auch immer, wenn man in den Medien ein bisschen durchschaut, dann sagen die Medien immer so, ja, da ist ja nichts dran. Weißt du, was hält denn die USA für einen Grund? Ach so, ja. Man hat diese Faktenchecks. Ja, die Faktenchecks. Und auch heute aus New York uns zugeschaltet der Demokratie-Experte Professor Alexander Görlach von der New York University. Wenn man jetzt als Beobachter sich die Frage stellt, wer hat nun Recht, wer ist jetzt hier der Bösewicht, dann ergibt sich relativ zügig, dass die USA keinen Vorteil aus dieser Strengung, aus dieser Aktion hätten ziehen können. Und ich habe dann auch letztens gesehen, naja, wenn man ein bisschen nachschaut, kommt man dann drauf, warum die USA vielleicht was davon hat, weil sie natürlich dann die Abhängigkeit von Europa vom Ost in Richtung West verlagert. Und da schauen wir noch ganz kurz rein, was ServusTV darüber sagt. Und wir bleiben noch in den USA. Dort profitiert man ja trotz Teuerung an der Energiekrise. Denn die USA machen ein gutes Geschäft mit Flüssiggaslieferungen an die EU-Staaten. Russisches Gas wurde vergangenes Jahr ja zum Großteil durch US-Amerikanisches ersetzt. Die Abhängigkeit verschiebt sich. Und auch der Wohlstand schippert damit über den Pazifik in die Staaten, sagen Experten. Sie liefern die so wichtige Energie. Gigantische Tanker bringen Flüssiggas aus Amerika nach Europa. Und zwar viel. Vergangenes Jahr konnten die USA ihre LNG-Lieferungen nach Europa um satze 143 Prozent steigern. Ein gutes Geschäft für Washington mitten in der Energiekrise. Die USA leiden nicht so unter dem Krieg wie Europa und die EU. Sie sind energieautark und verbrauchen nur so viel, wie sie produzieren. Die USA sind auch finanziell und wirtschaftlich weniger mit Russland verflochten. Das heißt, die EU kämpft mit höheren Energiepreisen, der Energiebeschaffung und hat russische Exportmärkte verloren. Die USA waren davon nicht betroffen. Die Folge? Die EU wird in Sachen Energie immer abhängiger von Amerika anstelle von Moskau. Doch nicht nur wegen der Energie gelten die USA als großer Krisengewinner. Das Geschäft mit Waffensystemen und Munition floriert, dank des Ukraine-Kriegs. Das Land pumpt gerade viel Geld in die heimische Wirtschaft und profitiert von den aktuellen Krisen. Der Wohlstand verschiebt sich so gerade stark nach Amerika, meinen Experten. Europa könnte dagegen zum großen Verlierer dieser Entwicklung werden. Interessant, der Bericht. Sehr interessant. Ist da was aufgefallen oder ist euch was aufgefallen? Der Wohlstand verschiebt sich. Also es ist ja da gesagt worden, der Wohlstand verschiebt sich in die USA. Weil wir ja jetzt mehr abhängig sind von den USA, was Energie betrifft. Aber von wo verschiebt sich der Wohlstand? Weil wir waren jetzt vom russischen Gas abhängig, haben einen Wohlstand gehabt. Dadurch, dass Russland das sehr günstig nach Europa geliefert hat und auch natürlich auch mit einer Pipeline günstiger als mit Schiffen. Ja, und unwohl freundlicher, natürlich, durch die Pipeline. Und dieser Wohlstand verschiebt sich jetzt in die USA. Aber von Russland in die USA oder von uns in die USA. Weil das wird dann nämlich nicht beleuchtet, dass wir da jetzt weniger Geld im Geldtaschel drin haben, weil wir abhängig von der USA sind. Ich habe da was Superes am Laufen, aber nicht Geschwindliches oder so. Die Geschichte pfeift. Pfeift. Und da möchte ich gar nicht damit anfangen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir uns von dem Friedensbringer USA abhängig machen, weißt? Der sehr viel Krieg führt und sehr viel lügt. Also ich sage nur Brutkastenlüge oder die Massenvernichtungswaffen oder das Abherren von Deutschland oder so. Bestimmt haben Sie davon gehört, der nordkoreanische Geheimdienst soll ja die ganze Welt bespitzelt haben. Die haben jahrelang Merkels Handy abgehört. Die Drecks-Nordkoreaner. Ach nee, das waren ja die Amerikaner. Ich verwechsel die jedes Mal. Ich möchte jetzt gar in die USA anfangen, aber das ist sehr bezeichnend, dass ja der Wahlstand verschiebt sich jetzt, weil ja die USA die Energie liefern. Und ich denke mir einfach nur, ja, aber der Wahlstand von wem? Von den Russen, wo wir die Sanktionen haben? Oder der Wahlstand von uns? Obwohl wir jetzt wirklich als neutrales Österreich am wenigsten für diesen Krieg können. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Nee, genau. Die Nordkoreaner, die waren das mit Vietnam, diese Entlaubungsaktionen. Agent Orange, Irak kriegt diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit hunderttausenden Toten und diese tausenden zivilen Drohnenopfer am Hindukusch. Das waren die Drecks-Nordkoreaner. Genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Es ist halt wirklich total bezeichnend, vor allem auch, dass man dann da gleich anfängt zu sagen, naja, aber wer ist denn dran schuld? Ja, natürlich sind es an die Russen dran schuld, weil die Russen ja auch gesagt haben, dass Europa sie jetzt abhängig von Amerika machen muss. Und dass Amerika, wie wir auch schon vorher gehört haben, ja jetzt überhaupt keinen Vorteil daran hätte, jetzt irgendeine Pipeline in die Luft zu jagen und richtig wirtschaftlich da nach oben zu steigen. Und ich denke mir einfach nur so, sekt ihr das nicht? Sekt ihr das nicht auch? Oder lenken wir uns das einfach nur mit anderen Themen ab? Das kann ja wohl sein, dass der Russe verantwortlich für diesen Konflikt ist, aber das bedeutet noch lange nicht, warum jetzt der Wahlstand von Europa in die USA wandert. Ja, und vor allem die USA wahnsinnig viel davon hat, nicht nur wirtschaftlich durch die Energielieferungen, sondern halt auch durch Waffenlieferungen in dieses Gebiet, wo natürlich auch die Leute dran verdienen. Ich meine, nicht nur die USA, auch Großbritannien mit großen Rüstungsindustrien wird natürlich da richtig dran verdienen. Und wer zahlt's? Wir. Wir zahlt's. Da ist der Quastl drin. A Marie. Nädel. Sywer. Ja, wir zahlt's mit Geld. Die Vögel zahlt's mit Menschenleben. Das ist eigentlich noch schlimmer. Ach, naja. Ja, gleich ein schönes Thema am Anfang. Genau. Geben sie uns Kampfflugzeuge für die Ukraine, um einen klaren Sieg auf dem Schlachtfeld in diesem Jahr sicherzustellen. Sofort erhält der ukrainische Präsident die Zusicherung Großbritanniens zur Ausbildung von Soldaten an NATO-Kampfjets. Und die britische Regierung überlege, welche Jets in die Ukraine geliefert werden könnten. Naja. Aber gut. Heißt, das sind die Sachen, die irgendwie passiert sind, aber trotzdem irgendwie nicht wirklich es in die Medien geschafft haben. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten da hin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.